aber auch hier muss alles passen die wechsel im hektischen verkehr mit den anderen staffeln da müssen sie sich dann durchsetzen wenn es zählt frankreich auf band 5 vor der deutschen staffel von lunatil aus über alisa schmidt über mona ja die niederländerinnen sind natürlich mit dabei evelin saalberg und ganz hinten wartet dann die weltmeisterin über 400 meter hürden da haben wir sie geboten ja und die top nationen die wissen dass es eng werden kann deshalb auch polen mit der stärksten besetzung hinten drauf natalia katschmarek zweite geworden über die 400 meter die hat in der welt schon für furore gesorgt also wenn irgendwas unklar sein sollte für polen oder die niederlande dann sind da zwei absolute weltklasse athletinnen dies richten können und dann deutschland im harten kampf mit den anderen auch die haben die chance direkt reinzukommen ins final karolina kraft sie kurz gesehen die brennt total hat uns jörg möckel der bundestrainer noch gesagt deswegen ist sie mit in diesem quartett dabei nach ihrem halb final einzug über die 400 meter hürden aber jetzt erst mal erstes halbfinale viermal 400 meter die ersten drei schaffen es direkt ja wieder lange gewartet der starter spielt ganz schön mit den nerven luna thiel ist unterwegs die athletin des vfl wolfsburg die recht spät aber gut in form gekommen ist und deswegen mit diesem staffeleinsatz belohnt wird auch in erinnerung an den guten auftritt im vergangenen jahr bei den europameisterschaften hält sich stark luna thiel da im mittelfeld sozusagen dieses bildes jamaica vorne und nigeria in grün das sind die beiden führenden aber luna thiel macht das momentan wirklich passabel muss man jetzt sehen wie sich hinten raus entwickelt jamaica ist vorne und dann kommt kanada an nigeria vorbei ganz außen die spanierin hartes ende aber der wechsel hat gut funktioniert und jetzt alisa schmidt die in der mixstaffel so stark unterwegs war es heißt jetzt kontakt herzustellen jamaica und kanada vorneweg dann dieser fünferblock da wo alisa schmidt reinlaufen will nigeria kommt da sehr schnell nach vorne sie bleibt ruhig weiß dass sie qualität auf den zweiten 200 metern zu bieten hat aber jetzt muss eine attacke noch her denn der abstand wird sonst zu weit zu den vorderen staffeln jamaica kanada nigeria frankreich polen die niederlande die deutsche staffel zweitletzte wechsel auf mona meyer unterwegs ist und da gut durchgekommen ist muss aber anschluss finden an die polen die ja dann mit dieser unglaublich starken schlussläuferin natalia kaczmarek noch ein riesen trumpf da im ärmel im team haben vorne jamaica und dann gehen dahinter die plätze um die position ab beziehungsweise der kampf um die plätze und mona meyer hat es schwer muss aber sich ran saugen irgendwie an die polen ran macht das gut aber es ist verdammt herausfordernd polen geht jetzt raus kanada an position zwei hinter jamaica und die niederländerinnen bringen sich jetzt schon an position drei und auch polen ist drauf und dran den kampf hier auf der letzten runde aufzunehmen für deutschland jetzt carolina kraft sich die hat sehr gut gewechselt frankreich gleich überlaufen vorne immer noch jamaica und kanada die kanadierin ganz stark mit einer geschlossenen leistung haben die sich in eine sehr gute position gebracht dann kommt die sind aber noch weit weg das wird ein kampf zwischen diesen beiden weltklasse läuferinnen um den dritten platz caro kraft sich versuchte die fünfte vorher noch einzusammeln wird aber ganz schwer jamaica kanada schon überraschung die niederlande direkt rein dann die polen dann frankreich vor deutschland das ist leider jetzt schon das aus in diesem ersten halbfinale als es richtig schnell wurde konnten die deutschen auf den ersten drei positionen dann nicht entscheidend gegenhalten kanada für mich in der souveränität in der sie sich hier durchgesetzt haben echt eine kleine überraschung und dann bedarf es schon einer absoluten weltklasseathletin wie filmte wohl um die niederlande hier im harten kampf gehen polen ja da ist sie happy ins finale zu laufen frankreich hätten sie einsortieren müssen haben sie leider nicht mehr geschafft die französinnen zweieinhalb zehntel schneller als das deutsche quartett und damit erst mal auf dem heißen stuhl das heißt im moment wären die französinnen noch im final so was passiert dann auch starb hingefallen und dann geht's aus dem stand wieder los und weit ja hier sind die verteilungen weitestgegen klar karolina kraft sich hat hier noch mal alles reingehauen ganz knapp hat es nicht gereicht die französinnen da noch einzusammeln dann gäbe es jetzt noch hoffnung